Lenn, ob du ein Foto haben kannst? Ich dachte schon, ich bin die ganze Zeit, den ganzen Abend, bin ich schon richtig angepisst, weil du mich gar nicht gefragt hast. Wirklich. Nur weil du jetzt hier der Superstar bist, musst du nicht meinen, dass du jetzt hier kein Foto mit mir machst. Du kommst jetzt sofort hier nach oben. Junger Mann. Sofort. Möchtest du jemanden grüßen? Ja, meine ganze Familie. Ich bin doch da. Filmst du alles, Laura? Oder? Alles klar. Würdest du vielleicht auch ein Foto machen, war das weiter Wunsch. Ihr seid echt eine gut aussehende Familie. Mann, Mann, Mann. Wirklich. Alle. Also die Vater nicht, aber sonst alle wirklich. Spaß. Ist er cool? Ja. Oh, wie süß er ist. Cool. Hast du einen Witz auf Lager? Ja. Alle rennen in den Bunker, außer Agathe. Die fängt die Granate. Was mit deiner Mutter? Die lacht. Die lacht, ja klar. Kennst du gar nicht, ne? Ist das eine coole Mama? Ja. Oh, wie heftig ist dein Sohn erzogen, Mann. Krass. Na ja, ganz ehrlich, ich war auch elf. Ich war auch dann irgendwie fast zwölf. Und wenn mich jemand gefragt hätte, ist deine Mutter cool, hätte ich gesagt, genau. Der Postbote, der ist cool. Der sieht übrigens aus wie ich. Ich glaube, du war Cubge. Das ist gut. Ich glaube, du war immer so her. Das ist ein Magdorfer. Der ist alleskrank.